wir brauchen wasser und nicht zu knapp wir brauchen wasser kein aß trinkt hier ja 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 wir sind gleich wieder zu hause da ist die resten die fressende hyäne kaktus aus geht leider nicht er scheut sich vor kaktänen aber wir haben gleich das wasser und das ist ein kaktusfleisch oder konnte unser haus ich brauche wasser unten vielleicht zwei wasserschläuche machen wollte ich eigentlich am anfang mal machen hat er das oh oh komm schon schaust das wie hin wie wie wasser wasser herrlich gut ok also darüber gehen ist auf jeden fall nicht grad wir rauschen für uns das habe ich vor dem material und macht ihr noch mal zwei stück beim inventar noch hat werde ich auf jeden fall machen und ich werde mal gucken wie wir das machen mit jemanden zum reden finden muss irgendwie die möglichkeit sein da darf man hier eintreten das haben wir hier auch vielleicht dafür leder und zwirn zwirn hatten wir gehabt haben wir zwirn ne mhm wasser derzeit haben wir mal das zeug weg meine arme die packe ich mal hier rein als ich einen arm verliere kann ich den arm nehmen wenn ich nachts ins bett gehe kann ich mit der hand kuscheln meine eigene ich bin nur mal so so mhm was achso der wasserschlauch der ist gleich fertig die bettstadt raus berottete fleisch rein die bienen kommen dorthin ich weiß noch nicht was wir damit machen können aber das sehen wir irgendwann und einpacken und hier war das das fällen die knochen ich pack mal die anderen pfeile erstmal weg raus pflege holen und getränke das kann gut möglich sein aber ich glaube es nicht ich habe hier noch was da zum trinken deswegen so das haben wir jetzt können wir uns einen zweiten beutel machen wir haben leder rausgelegt und einen zweiten stelle herstellen ich glaube zwei reichen dann kann man eine große reise machen damit so dann haben wir jetzt hier in die fackel eine zweite von denen hier kommt es irgendwo rein welche tür macht krach es ist eine dinge aber auch hier die sich die benutzen tue stein jagen durch eure tür macht ganz schön krach meint sie und nein nein das ist die hier so gut dann werden wir weiter gucken pass auf wir haben noch nicht andere möglichkeiten hier reise pass auf kapitel 1 war abgeschlossen zwei auch ein tier mit einem abhäutemesser tüten und ein abhäutemesser okay jemanden finden die götter verehren und eine kugel werfen die tür hier ran gemacht habe man nicht die tür vom spiel eigentlich eigentlich ran machen wollte aber dann wieder aufgemacht ich dachte das hier ganz recht ich glaube und hat sie das gehört wird das gehört haben keine ahnung so pass auf abhäutemesser kriegen wir abhäutemesser her abhäutemesser ich glaube nicht hier ich glaube in der schmiede ne wir doch gar nicht zimmerei ne dafür sowas nicht her aber wir haben die futtertrüge ach wir haben das auch noch da gebaut genau geformtes holz haben wir noch da ja das ist eine Gussform oh wahrscheinlich führt Tränke und so oder für heilt Tränke mhm mhm können wir aber nochmal gucken oh du kannst die Rüstung machen ja ist okay das Leder mhm achso Leder gehäutet und hier war ach ja meine sache noch siehste es habe ich jetzt das geformte holz gehabt das war hier drin ja rein damit einen tisch herstellen stuhl können wir noch nicht machen Schellenhaken äh Fackel Schellenhaken äh Fackel hm also den Tisch haben wir auch den Humpen dann einmal nach oben flitzen also hier wird noch eine Wand davor gebaut und zugemacht ganz kurz ich muss was essen einmal stück Fleisch reinhauen das ist gesund achten schmalen fuß ihr habt einen weibchen gesehen mhm ja weil ich eben raus bin oh man werde ich so müde jetzt geht ja gar nicht irgendwie noch bald Bettzeit nach 1 Stunde ja mami ich gehe gleich zu Bett mhm der Tisch hier kommt noch eine Wand davor ja hier ich kann jetzt interagieren damit so dann stellen wir die schönes essen hier war ja es klunk aber natürlich zwei hupen ne klunk ich kann nichts machen sieht auf jeden Fall schön aus die Humpen raus den müssen wir aufbauen sieht auf jeden Fall cool aus sieht aus wie bei mir zu hause so es ist dunkel oh gott wenn ich meine ohne umräumen könnte nur im Blick ohne was zu sagen hey ich würde nur umräumen boah das ist ja riesig ja mutter krippe sind die wenigstens klein ja ist ein kleiner wenn sie dunkel ja da muss ich hier draußen mal eine Fackel hinbauen warte Opa fackelt mal schwer kommt gleich Opa rollt mal raus hier so licht hier gehen nicht haben wir hier in die Ecke rein soll jetzt auch hell damit auch jeder sieht wer hier wohnt fackeln nicht lang fackeln im Sturm da war auch mal ein Film ne mhm so jetzt wie hieß der andere Film der so übelst lange ging da friechst du was du irgendwas mit dem Wolf in einem Land vor unserem Wolf in einem Land vor unserem Wolf du meinst hier ähm Wolfsblut nein nein er wird mhm ich zu viel rein machen was der mit dem Wolf tanzt genau genau danke der geht übelst lange aber der ist so gut gemacht schon ewig her wo ich den ähm das letzte mal geschaut habe so Futterkrippe da habe ich damals noch bei Oma gewohnt ja Futterkrippen ja nicht genügend hier ist klar jetzt müssen wir nur mal gucken wo wir das Ding aufbauen hier das ist das hier das ist tierpferch aber das passt hier irgendwie nicht hin ja da musst du weitere äh 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 ähh äh äh draussen installieren was bringen dir die Futtertrüke da oben wenn du ein Tierpferd hier hin machen mit Gott ist das riesig genug bodenkontakt jetzt war's aber das soll ja auch ein bisschen da oben hin soll das hier sollte auch schick auch sehen also es soll ja auch ein bisschen angemessen sein einfach hier so im freien natürlich hat's gepasst was soll überall hin ja aber was bringt dir das woanders es soll ja auch ein bisschen schick aussehen ja aber was bringt dir der tierpferd hier hinten da oben das ist ein Emoji neben für mich Emoji ja also wie gesagt das mit den Emojis das geht erst wenn man in diesem Affiliate Programm drin ist von Twitch und du gewisse Kriterien erfüllt hast und dann wiederum wird es dann erst mal geprüft und gemacht und getan was freigeschaltet ist dauert das dann auch wieder alles was gut geht das heißt ich kann das tier reinpacken und essen 1 2 1 2 3 4 ok cool können wir eigentlich theoretisch unser Pferd Tiere holen ne ja wie gesagt das kannst du halt nur machen wenn du selber streamst und gewisse kriterien erfüllt hast du musst eine gewisse zeit gestreamt haben du musst abo zahlen haben und 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 das kann was gewusst muss der es not kannst ja dann immer noch schatten draußen am doch draußen dann die musik ist echt geil ja stimmt so alles ist mir gerannt die gleiter ist da drin du essen rein oh du tust die Zähne durch mhm ok in der Warteschlange jetzt ok du musst auch gemacht ja ich probiere einfach mal was passiert was du jetzt benutzt oder hat sie das jetzt gefreut diese vergiftung neu jetzt scheiße ich gut so sieht man das jetzt ja ach so man gar nicht hallo oh ja so geht man rein ich auch jeden tag rein ok sieht man nicht noch gut das siehst du dann wahrscheinlich erst wenn sie gezähmt ist jo ok da hauen wir die sachen einfach rein fertig ne die kannst du dann wahrscheinlich auch irgendwann mitnehmen zum jagen und so hm da machen wir nochmal ein schiefer rücken mit was ist ein strauß schocketeil du hast glaube ich nur vier also ich denke mal schildkröten werden das essen doch kann er was haben davon es ist doch abgebildet gewesen wer war es für das glaube ich richtig was ist jetzt ein krokodil ja schildflex schildflex insekten was könnte stimmt strauß insekten doch pflanzenfaser pflanz aufhängen ja das guckt ja wahrscheinlich bei sich wahrscheinlich eher so übel wenn man schon so lange wach ist der last fleisch rein guck mal hier da geht das nicht das wird nur gezeigt dann okay hier unten gleich gibt es die und das raus da gibt es der aus und dessen sekten beim strauß hast du vergessen ist ja aus nur vier ach ja weil fleisch essen die beiden ja okay cool und futter ja pflanzenfasern genau eine hau noch von den rein müssen wir eigentlich noch ein bisschen was suchen in dir die tier ein hier oben wartet hier oben die jene die liegt okay wo kriegt man tiere her der futter genau sind wir denn so schwer wahrscheinlich ach tatsache wir sollten hier auch welche aufstände dann ganz lieb jetzt auch hier und auf ne ich hier drauf werde aufgestellten da freuen die sich und lasst sie was nur oben ihr müsst direkt zubauen genau dass mich leichter wunderbar ok die agieren und leben haben wir noch etwas gehabt hier das sind die werte talente können wir irgendwas machen komposthaufen einfacher pflanzen druck geht das können wir auf jeden fall erlernen kessel flicker ja gut das können wir mal kurz machen dekoration ok mhm hier sind die jäger die jäger aufzu eine leiter ok das sind wir auf jeden fall auch und das auch hier fallen aufstehen ja das wären die spikes hier ne die wir machen können aber ich glaube wir werden nicht so doll angegriffen eine feuerstelle ok kugeln oder müssen nachher unbedingt noch was machen hier ganz viel hier banktischler ein horn krieg kriegshorn würde ich noch nicht heißt ja du wirst krieg für vielleicht wollen wir das ja eine schriftrolle das heißt wir könnten tagebuch führen hier das werde ich auch geil ne mhm das wäre natürlich auch genial komm den einen punkt hau mal raus knochen schaber knochen schaber ein punkt haben wir noch die kriegswaffen sind auch wahnsinnig ok 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 war das freudenhaus ok hier sind die götter 50 punkte gott des willen gott des willen mhm was heißt du travel herzenstummel wir machen noch eine schöne sitzbank so das machen wir noch drinnen in der wohnung vielleicht so kerzen habe ich auch keine punkte mehr ich verdurste essen ja 8 verfügbare punkte überleben stärker würde ich was reinhauen auf jeden fall damit du besser kämpfen kannst glaube ich stärke oder eine schläge mit einem stumpfen waffe ja das war natürlich optimal unten ne stufe 4 nachher brutale schläge ja ich würde stärker auf jeden fall nehmen ich wollte das eigentlich zuerst mal nehmen hier jetzt können wir nämlich hier roßfleisch essen ohne dass wir nicht für die stunde kommen ja aber stärke brauchst du zum kämpfen mhm und jetzt haben wir die reste hier drauf so müssen wir uns einfach gucken ob wir was hinkriegen also ich kann es echt viel machen das ist wahnsinn Wander damit jeder weiß wer hier ist ja das kann er ja nach und nach alles machen sagt ähm mhm in dem spiel musst du punkte sammeln um dir die gewissen dinge freischalten zu können genau gesehen habe wer dich jetzt so ich weiß nicht weil du gearbeitet hast 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 du ich habe ich nicht ich habe nur so getan als auch vertikaler vertikaler horizontaler vertikaler aufzug vertikal ist da oben ne ja pass mal auf eisen mhm ich glaube ich nicht ne 41 80 30 38 und 2 38 und 2 8 und 2 warum ich denn geformes holz habe ich geformes holz bekommen gefirmtes holz war hier drinne 1 2 auch der lange um holz zu formen zu firmen ne nicht fleisch das hier 30 28 ne also ja erstell 30 ok hast du mich bestätzt bei hast du 38 wo brauchen wir einen fahrstuhl ich wollte ja eigentlich mal gucken dass wir schnell hier runter kommen warte 80 30 80 80 oh gott so hoch wir müssten hier drüben theoretisch nur einen Ausläufer bauen ne und da draußen ein fahrstuhl wie zu 38 und stuhl wir brauchen noch bauzeug haben wir hier drinne haben wir hier das nehmen wir auch mit meine güte das ich hab dran an der wand hier hier wäre das optimal ne wenn wir den hier nach raus nehmen würden und stück war da weg dann und stück war da weg dann tschüss jetzt hab ich es kaputt gemacht so pass auf so 6 nein ha 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 hier wird auch schon zwei müsste passen jetzt ne alles ob der nicht noch der 1 2 da raus wird und ob der bis runter gehen würde ich glaube okay geht uns da unten hin das ist ja echt geil aus kann die wegnehmen bitte jetzt im da okay hm 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 ach ameisen raus da keine ameisen was auf äh nummer 6 crunchen achso wir sind nicht mehr minecraft jetzt müsste es funktionieren ne ja ich halte mich fest huhu geil kann ich jetzt hier nach unten bauen toll geht nicht mehr super ok müssen wir auf jeden fall gucken ja nice das musst du besser gemacht werden das muss anders kriege ich von unten ein hoch das hört sich falsch an wieso kann ich von wieso krieg ich da auch noch einfach krieg ich jetzt da oben ein habe ich gehört was denn eulinchen ich habe nicht gesagt auch hast du ja wir werden das ja alles zu bauen da wir so gut aussieht hier ja voll geil das ist geil das ist ordentlich auf ich weiß aber mit denen später irgendwas machen kann noch außen einer fehlt noch ne ja da brauche ich viel holz bisschen stein ich habe schon mal keinen stein mehr 1 1 soll man noch ein dach drauf zimmern ja so wieder da zumindest vor halb ja moin weg sie so da haben wir hier unser untergang wo wir da unten fahren können optimal abwärts das ist voll geil gemacht halt zurück ok die sanke weg wieder so da kannst du tieren transportieren ja es mit dem fahrstuhl meinst du ne das kann möglich sein ja grad des schmerzes grad des schmerzes ok 75 75 75 ok wir sind viel ich glaube da müssen wir eisen sammeln gehen dann müssen wir eisen sammeln die dach müssen wir auch noch bauen und ja das war hin einmal hier das holz raus die kiste kommt der stein mit drauf gut sandstand decken habe ich erstmal nicht wir haben essen dabei wir haben die sachen dabei wir werden jetzt gucken gehen also wir müssen auf jeden fall wissen eisen sammeln es ist dunkel und wir brauchen fleisch ach weißt du was etwas für die tue mhm nein ohne peut wo w ich tue mich w w w w w w w w